2016 ist die Steuerreform in Kraft getreten. Die Steuerinnen und Steuerer spüren das bereits in ihrer Geldbörse. 75 Euro im Durchschnitt haben sie mehr in ihrer Geldbörse pro Monat. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, die am Beginn des Jahres immer von Wichtigkeit sind. Zum Beispiel der Steuerausgleich. Der Fachbegriff ist die Arbeitnehmerinnenveranlagung. Hier gilt es, Belege, Zahlscheine und andere Unterlagen zu sammeln, in Formulare einzutragen oder auch online anzugeben und beim Finanzamt dann bekannt zu geben. Wer damit Probleme hat, kann sich gerne bei der Arbeiterkammer beraten lassen. Bei den Steuerspartagen, die jedes Jahr im März stattfinden, vom 3. März bis 17. März gibt es die Möglichkeit, sich einen Termin zu holen. Den kann sie sich unter der Nummer 05 77 99 2507 gerne bereitstellen lassen. Wir sind mit einem Team in der gesamten Steiermark unterwegs und werden versuchen, ihre Probleme zu lösen.